Die Ghostbusters Land Oh mein, so viel Black Slime. Oh, it just seems like a lot because it's alive. The column, it's flowing upwards. If you see a big yellow eye in there, poke it with something. No yellow eye, Ray. Maybe it already stopped? Well, that doesn't sound good. Is it my turn to lead? I don't want to jump. Hm. Hello, Chairman. Ready to get what's coming to you? Ah, ha, 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 ha. Wir sind aus Klass 1-Felum. Und wir haben keinen Schaden, glaube ich. Wir müssen warten. Ich hoffe, dass ich das auch so schnell wie möglich schaffe. Wir haben ihn verabschiedet. Wir haben ihn nicht verabschiedet in unserer Jurisdiktion. Schnapp ihn! Es muss einen weckeren Platz haben. Wir haben ihn nicht verabschiedet. Halt dich! Hier sind sie! Schnapp ihn! Schnapp ihn! Schau! Auf der Seite! Dann bleib ihn! Schnappen! Pass auf! Noch nicht! Schnappen! Ja, was ich damit mache? Halt dich einfach! Der Pfeil nimmt guten Schaden, wenn ich den treffe. Ist nicht so schlecht. Komm, komm, komm. Sehr gut. Sehr gut. Das war jetzt unüberlegt von mir. Abkühlen, jawohl. Sehr gut, ist weg. Abkühlen, sehr gut. Dahinten noch einer. Das war's, oder? Ja. Noch einer. Aber jetzt. Passt. So, wo kommst du, hä? Ach Gott, jetzt kommen schon noch welche. Wo bist du? Da ist er. Sehr gut. Ich hab ihn noch erwischt. Vollgas. Abkühlen. Ray, wo bist du? Ray, 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 Ray. Da ist er. Schnell. Wiederbeleben. Einmal geht's nicht so aus, oder? Komm, 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 komm. Ach Gott, das gibt's nicht. Ja, wegen dir, Ray. Obwohl ich dich mag. Du bist mein Lieblings-Ghostbuster. Hinter dir, Ray. Aufwertung? 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 Wir können uns eine Aufwertung kaufen. Wir schauen, dass wir das ganze Geld, was wir jetzt kriegen, irgendwie wieder rausdonnern. Nenma Probleme. Mal wurscht, ob ich das verwende oder nicht. Weg, okay, passt. Also, da ist noch einer. Okay, passt. Na, von wo kommst du jetzt, he? Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Dann kannst du hier rauskommen! Das ist ein ganzes Gemüse. Geh weg! Ich bin dein Team! Hinter mir. Oder auch nicht. Da, 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 da ist er. Perfekt. So, war's das wieder? Na dann komm her. Na, da ist noch einer. Gut, 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 gut. Da ist er. Ich hab's überlebt. Peter nicht. Das geht sich aus, das geht sich aus, das geht sich aus. Ah, der Pfeil nimmt schon viel Schaden. Vielleicht zwei, dreimal noch, dann haben wir ihn. So, und jetzt wird's schwer. Jetzt kommen ja diese blauen Viecher auch noch. Und da bin ich ja gestorben. Da oben. Ich geh schon hin, ich geh schon hin. Schau hinter dir. Geh raus! Sehr gut. Feuer frei. Geh raus! Da ist er. Egan. Direkt von mir. Sehr gut. Habe ich ihn? Okay, die kann man nicht einfangen. Hey, geh hier. Ein bisschen Hilfe. Yo, ein bisschen Hilfe. Können Sie sich in Ordnung. Hey, geh hier. Ein bisschen Hilfe. Yo, ein bisschen Hilfe. Können Sie sich in Ordnung. Spann ihn! Komm, komm, komm. Komm. Das kann ja nicht wahr sein, dass wir den nicht schaffen. Und BOOM. Ja. Ich weiß nicht, ob er das noch zählt hat. Nein. Komm, komm, komm. Sehr gut. Sehr gut. Das war jetzt schon kritisch. Jetzt habe ich wieder Glück gehabt. Ich muss mich mehr bewegen. Warum hat der volle Lebensenergie? Nicht sterben, nicht sterben. Das war knapp. Oh, das sollte ich sehen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Boah, Alter. Jetzt kommen die unten auch noch. Nicht nur, dass die Blauen da oben kommen, sondern dass die Roten da unten auch noch kommen. Komm, 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 komm. Nein, das gibt's ja nicht. Komm, komm, komm. Wiederbeleben. Sehr gut. Komm, komm, komm. Wiederbeleben. Sehr gut. Komm, 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 komm. Kühl dich ab. Ach Gott, das gibt's ja nicht. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Das ist die große Frage, ob ich den da überhaupt treffe, wenn dieses Ding da davor steht. Schade, dass man das nicht alles zerstören kann. Das ist unglaublich, was die aushalten. Hey, was sind wir hier? Oh, ich bin gleich im Popo, Alter. Boah, schlaggeschissenes. Lass mich da durch. So, geht schon. Ich mache jetzt nur noch Sanitär. Sanitätär, meine ich. Unglaublich, was die mir an Schaden machen. Bin sehr stabil, aber trotzdem. Ich bin auf der Seite. Das gibt's nicht. Jetzt ist schon wieder so ein blaues Hurensohn-Viechter. Nein. Komm, 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 bitte. Danke. Komm, 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 bitte. Du bist nicht so schnell. Ich probiere mal das blaue Hurensohn. Vielleicht ist das... Nein, ich weiß nicht. Ob ich dem vertrauen soll. Ich habe keine Ahnung. Komm, komm, schau, komm, schau. Abkühlen und... Jawohl. Gleich noch einer. Ich glaube, wir haben ihn. Es ist auf der Seite. Auf der Seite. Und auf mit dir. Nein, einen. Das ist sogar der gleiche. Bam, Alter. Jetzt habe ich ihn wieder in die Fresse gefetzt. Das gibt's nicht, Alter. Ein blauer weg, kommt der nächste. Sehr gut, der liegt gleich hinter mir. Komm, 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 steh auf. Feuer frei. Nicht aufgeben, meine Herren. Wir haben keine Angst vor Gespenster. Vielleicht sollte ich das auch probieren mit dem Schleim. Vielleicht funktioniert das besser gegen die. Ach Gott, gescheißen. Komm, 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 komm. Sehr gut. Ja, komm, komm. Komm, Igen. Komm, Igen. Du hast einen neuen Angle. Du musst einen Koffer finden. Er ist nicht alleine. Oh, ich schweige die Gans. Schnell, schnell, schnell! Auf die Beine mit dir! Habe ich's noch geschafft? Habe ich ihm noch auf die Beine geholfen? Ich glaube schon, oder? Ja, habe ich! Sehr gut! Komm schon! Der Strahl! Sehr gut! Der Pfeil, meine ich! Das ist unglaublich! Sehr gut, einer ist weg wieder Da hinten Und weg, sehr gut So, jetzt kommt wieder der große Fette, oder? Oder auch nicht, das kann ja nicht wahr sein So, bitte macht's ihn jetzt fertig, Burschen Los, schick deine Pfeile los Los, 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 schick deine Pfeile los Okay, gut, wir haben ihn Okay, wir haben ihn, sehr gut I should have shuddered you fraudulent gangsters forever when I had the chance You know what? I'm going to put an end to this madness now Right now I'm shutting down your containment grid for good You can kiss off a permanent license Not to mention any chance for more government contracts You did this to me And you're going to pay You're welcome, you peck Alright, that's it That's it You're done, smart guys You are done, smart cool guys I have the authority And I'm shutting you and your phony containment grid down now The whole city will have to pay because of your shenanigans The whole city What? But that shuts you down too Well, so be it I have bigger fish to fry And get him off me I think we need to keep an eye on him You think? No, I mean we really need to keep an eye on him You're real heroes Kind of routine As usual, I led the charge We're fired heroes Peck's going to pull our license Get real, Ray It's the holidays Nobody in this town is going to be around To pull our license till Monday We got the whole weekend To stop this calamity And probably half a dozen others To save the city We got a four-day weekend We have time left for ourselves Dr. Vinkman, if they start evacuating Manhattan I won't be coming in on Monday Catastrophic exodus of the city Does not count as a floating holiday I know, I looked it up Suche Ray and Egan So, Slimer is weg With every passing day Hello, Ghostbusters You grow weak Janine, bitte I gain power Jedes Mal redest du mir drein Wenn ich zu Vigor gehe So, ich reaktiviere wieder Das da unten Ich weiß nicht, was das ist Aber es ist lustig Not what I know I'm just trying to keep the lights on You're right I'm just trying to keep the lights on I'm just trying to keep the lights on Im nächsten Part Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe Für den Bosskampf Aber er war schon ziemlich heftig Und er hat auch ziemlich viel ausgehalten Besonders diese blauen Viecher So, wo sind denn die? Ray and Egan Muss ich suchen und finden So groß ist die Kommandozentrale nicht Vertreffend in Ghostbusters Das gehört sicher Bankman 100%ig Er nimmt es und hängt es aus dem Fenster Und dann ist es so gut wie sauber So gut in der Dusche werden sie wohl nicht sein Ja, wo sind die dann? Normalerweise sitzen die ja hier Sind die da auch unten? Vielleicht muss ich wieder zum Echo gehen? Ah, da sind sie Also da ist Peter Okay Na, wo sind denn dann die zwei Anderen? Ah, da Um Gottes Willen Um Weltmanns Büro Ah, da Um Weltmanns Büro Ah, Guys Perfect bit It's not a Constellation It's a Mandala I can't believe I never saw it before Okay For one minute pretend Someone here doesn't know what a Mandala is A Mandala is like a spiritual labyrinth And this one looks like a spiraling system That feeds into each successive note along the line Until it reaches a culmination point Before he died Shandor must have set some mechanism in place Similar to the antenna in Dana's building You know, I think you have to make that clear So this was the gizmo that's supposed to feed energy to the destructor form That's That's right, Peter Well, Dr. Bankman Well, I had to get one right eventually Didn't I? I mean, just math All right, I'm just speculating But it's possible that ghosts are trapped in the system Funneled from node to node And they get stronger and stronger Until they reach the end And then they Look The first portal The library The second The museum And the third The Sedgwick And that means the fourth portal must be Right Here The middle of the Hudson River Well, according to the Mandala, yes It may need a little tweaking I don't know Plenty of bodies in that river Could become ghosts But what does this have to do with me? What did I do? You were at the museum and the Sedgwick Maybe you were some sort of catalyst Accidentally setting things in motion You're saying this is my fault? You are blameless What Egon meant to say Was that you have some sort of connection to this thing And we're going to go back to the Sedgwick And find out what Isn't that right? Brainiac That's right, Peter Alyssa Do you remember where you were going When you were at the Sedgwick? I was standing outside a room 12.21 Something was compelling me to go in But I woke up just before the door opened I ran out of there as fast as I could And then some jerk tried to pick me up on the elevator Okay, you need to stay here where it's safe And where you can't set off any more Cross-dimensional shockwaves hot stuff Here, read up on the Mandala And the boys will check out the Sedgwick The boys? And what about you, superstar? I'm going to have you drop me off near Peck's office Something tells me he's not quite what he seems Good idea Meet us at the hotel when you're done Okay, I'll go to Ektor 1 Jaja Gut, dann machen wir das aber erst im nächsten Part Das musste sein Tut mir leid Vielen Dank fürs Zusehen Tschüss, Baba Euer Herzfehler Tufel 1 ım